hallo und herzlich willkommen in diesem video mein name ist michael langer ich möchte euch hier mal in diesem video zeigen und ihr hattet verschiedentlich danach gefragt wie man eine ästhetische aufbissschiene generiert ich nehme mir jetzt hier einmal da schon mal so ein bisschen zu das mache ich von basal aus dem modell heraus quasi ich möchte ja nachher dass wie gesagt eine zusammenhängende struktur geschaffen wird dass die zähne groß genug sind und das ist genau der effekt den wir haben wollen weil dieses wax up werden wir anschließend ersetzen also lassen wir diesen rechenprozess mal laufen das dauert so je nachdem wie euer rechner drauf ist ein zwei minuten und ich drücke mal so lange auf die pause euer michael ciao ciao